Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal um ein spezielles Thema, nämlich um Weihnachtsmärkte in Bayern. Wir waren heuer fleißig unterwegs und haben uns Weihnachtsmärkte angeguckt und ich möchte das heute einfach mal ein bisschen mit allen teilen und ein bisschen aufzeigen, welche Märkte wir am schönsten gefunden haben, wie es preislich ausschaut, wie man parken kann vor Ort und haben ein paar Impressionen dabei. Ich hoffe, das macht Spaß. Normalerweise bringe ich ja auf diesem Kanal nur politische Themen, Technik ein bisschen, aber natürlich vor allem Finanzthemen. Und heute eben mal ein bisschen abseits, eben weil Weihnachten ist und vielleicht hat er da ein oder andere Nutzen draus und kann es noch die letzten zwei Tage nutzen und noch einen Markt in Bayern besuchen. Bayern hat wunderschöne Weihnachtsmärkte und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was es denn bei uns in Bayern so alles für Weihnachtsmärkte gibt. Und dafür gehen wir als erstes mal in den Browser rein. Ja und da sind wir auch schon im Browser. Ich habe hier eine Webseite gefunden, Oberpfalzecho und da sind die ganzen bayerischen Märkte eben aufgeführt und da hat man so eine kleine Übersicht, was es da eben für alles für Märkte gibt. Kann man natürlich auch anklicken und einige sind natürlich ganz besonders, wie zum Beispiel Nürnberger Christkindlesmarkt. Ist ja einer der größten Christkindlesmärkte der Welt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der ist wirklich gigantisch groß. Ich war einige Zeit in Nürnberg und deswegen kenne ich den Markt ganz gut. Wirklich wunderschön mit Handwerk. In allen Seitengassen wird da der Markt noch betrieben. Also muss man einfach mal gesehen haben. Es ist einfach gigantisch. Aber man wird da förmlich eben durchgeschoben, weil es eben so gigantisch ist. Das Highlight des Marktes ist natürlich, wie gesagt, die Handwerkskunst, aber natürlich auch die Feuerzangenbowle. Früher, glaube ich, sogar noch immer noch mit der Videoleinwand. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Letztes Jahr war ich das letzte Mal dort und da war es so, so kalt, dass wir bald wieder gegangen sind. Deswegen kann ich gar nicht alles sagen, ob das überhaupt noch so ist, wie es vor fünf, sechs Jahren eben dort war. Außerdem Kugelbauers Turmweihnacht. Wir haben mal heuer einen Kugelbauer besucht. Wer das nicht kennt, sollte unbedingt mal in Abendsberg vorbeigucken. Wunderschön. Das ist der 100-Wasserturm. Da habe ich auch ein paar Bilder dazu dabei. Aber eben nicht von Weihnachten. Nur, dass man es eben mal gesehen hat. Und ist bestimmt ein Highlight wert. Ich war selber noch nie zu Weihnachten dort. Vielleicht kann man eben dort mal hingehen. Aber das eben nur mal vorab. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen an. Wie schaut es denn da aus? Und ja, was sind denn die Unterschiede? Als nächstes schauen wir uns mal an, welche Weihnachtsmärkte wir in den letzten zwei Jahren besucht haben. Ganz oben steht natürlich Schloss Gutteneck, Tirschenreuth, Weideniederoberpfalz, Bad Neualbenreuth, Rotenburgob der Tauber, Passauer Christkindlesmarkt, Amberger Weihnachtsmarkt, Bayreuther Christkindlesmarkt, Nürnberger Christkindlesmarkt und Regensburger Christkindlesmarkt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was für uns das Highlight war und was die Vor- und Nachteile bzw. die Vorzüge der einzelnen Weihnachtsmärkte sind. Hier haben wir einfach mal eine kleine Liste erstellt und angefangen mit Schloss Gutteneck. Da haben wir einen Weihnachtsfaktor, einen Preis, Parken und Eintritt, ob es kostet. Und der Weihnachtsfaktor verstehen wir einfach, ja, wie fühlt man sich dort? Fühlt sich das wirklich weihnachtlich an? Ist das ein echtes Highlight, wenn man den Markt betritt? Oder ist es einfach wie jeder Jahrmarkt oder jeder Wochenmarkt, wo man einfach hingeht, einfach nur, dass ein bisschen Schnee ist oder es einfach kälter ist? Und das ist uns natürlich besonders wichtig. Wir haben da bis zu fünf Sterne vergeben. Beim Preis, naja, ist es schwierig, das einzuschätzen. Es gibt ein paar Sachen, die einfach überall zum Haben sind, zum Beispiel Pommes oder Glühwein oder eben die Bratwurst. Und da kann man schon eine kleine Einschätzung machen, ob es preislich okay ist oder nicht. Außerdem fließt da natürlich mit rein, kostet es Eintritt, ja, muss man dafür Eintrittsgebühren zahlen, vielleicht sogar noch Parkgebühren. Und da haben wir ja auch noch eine Extraspalte für Parken. Da fällt dann drunter, wie einfach ist es, dort einen Parkplatz zu finden? Wenn ja, kostet der Parkplatz was und ist es dann teuer? Und wie gesagt, die letzte Spalte dann Eintritt, ja oder nein? Und wir gehen das jetzt einfach mal ein bisschen miteinander durch. Und ich werde dann ein bisschen was dazu erzählen und natürlich auch Bilder von den Einzelmärkten zeigen. Wir haben leider nicht zu jedem Markt ein Bild gemacht. Warum? Ganz einfach, wir machen immer nicht so viele Fotos und ich habe nicht gedacht, dass ich überhaupt so ein Video erstelle. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil ich das einfach teilen wollte und den Leuten vielleicht ein bisschen dabei helfen wollte, ja, tolle Märkte eben zu finden, weil das wirklich, gehört sich einfach zur Weihnachtszeit dazu und ist ein schönes Highlight. Ich beginne jetzt als erstes mal mit Schloss Guteneck, weil das für uns mit Abstand der schönste Weihnachtsmarkt war. Und ja, ganz viele Leute, die eben dort waren, können das bestätigen und sagen immer dasselbe. Das ist wirklich ein absolutes Highlight dieser Markt. Der kostet leider Eintritt, ich glaube sogar 8 Euro und man muss nur 2 Euro fürs Parken zahlen. Denn theoretisch kann man in der Stadt bzw. in dem kleinen Dorf auch so parken, aber es ist ja ganz einfach, da was zu finden. Und die Parkgebühren sind verhältnismäßig gering, kostet 2 Euro. Dafür kann man das Auto auch so lange stehen lassen, wie man will, also praktisch den ganzen Tag, wenn man so will. Und deswegen vom Geschmückten her, vom ganzen Weihnachtsfeeling her, finden wir aktuell keinen schöneren Weihnachtsmarkt als den. Das ist einfach Fakt. Und deswegen steht der auch bei uns ganz oben auf der Liste und bekommt eben die 5 Sterne. Preislich ist es da, ich sage jetzt mal Mittelklasse, es ist weder super teuer noch super günstig. Mein Cousin war dort, der hat gemeint, Glühwein hat irgendwie 6 Euro gekostet. Ich selber habe gar keinen Glühwein für 6 Euro gefunden. Vielleicht hat er eben gemeint mit Pfand. Es ist mehr oder weniger im mittleren Preissegment. Eine Bratwurstsemmel kostet dort 4 Euro. Das ist mittlerweile auch fast gang und gäbe überall auf den Märkten. Also wir finden es weder teuer noch günstig. Natürlich können es günstiger sein, logisch. Aber es ist ja nicht exorbitant teurer im Vergleich zu den anderen Märkten. Das Parken ist damit recht gut. Wir haben da 4 Sterne eben vergeben. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, man kann wirklich gut dort parken. Man zahlt 2 Euro und dann ist die Geschichte erledigt. Und man kann das Auto auf 5 Stunden dort stehen lassen. Und der Parkplatz ist riesig. Also ist kein Problem, da irgendwas zu finden. Wir werden auch dann, wie gesagt, ich zeige auch gleich nochmal ein paar Fotos und werde ein bisschen was dazu erzählen. Dann der Tischenreuter Weihnachtsmarkt bekommt vom Weihnachtsfaktor, obwohl er sehr, sehr, sehr klein ist, aber ist wirklich wunderschön hergerichtet mit vielen Feuerstellen. Ist in so einem Innenhof, ist dann der Hauptteil des Marktes. Also für das, dass es nur so ein kleiner Markt ist, ist es wirklich super schön hergerichtet. Preislich absolut top, 4 Sterne dafür. Einfach super von den Preisen her. Baumstriezel zum Beispiel 4 Euro. Wo kriegt man noch ein Baumstriezel? Auf irgendeinem Markt, egal wo man unterwegs ist, außer auch im Sommer, für 4 Euro. Oder die Bratwurstsemmel für 3,50 Euro auf dem Markt. Also wirklich toll, die Glühwein-Sachen kosten alle, glaube ich, gerade mal um die 3 Euro. Also wirklich faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Parken ist dort eine Geschichte. Man kann überall parken, es kostet keinen Cent. Dafür muss man halt ein bisschen suchen in der Stadt, wo man den Parkplatz findet. Und es kostet Eintritt. Ich glaube, 3 Euro hat es gekostet, wenn man nicht ganz täusche. Und ja, deswegen Supermarkt, kann man nichts dagegen sagen. Und beim Eintritt kriegt man dann, wenn man rechtzeitig kommt, sogar noch einen Glühweinbecher oder ein Glühweinglas eben kostenlos eben dazu zum Eintritt. Das heißt, der Eintrittspreis relativiert sich dann wieder ein bisschen. Und ist wirklich wunderschön. Weiden ist auch ein Weihnachtsmarkt. Der ist die letzten Jahre immer größer geworden. Der Weihnachtsfaktor liegt für uns nur bei 3 Sternen. Warum? Naja, es sind einfach ein paar Budenzangen gestellt. So wirkliches Weihnachtsfeeling kommt da jetzt meiner Meinung nach nicht auf. Die Preise sind ganz okay. Es ist ähnlich wie bei Schloss Guteneck. Es gibt günstige Sachen dort, teure Sachen. Ein Pommesladen war zum Beispiel dort, der ist verhältnismäßig teuer. Für eine Portion Pommes 6 Euro finde ich schon fast ein bisschen überteuert. Und gibt dann aber daneben gleich einen anderen Laden oder einen anderen Stand halt. Der verlangt nur 3,50 Euro dann wieder für die Pommes. Also okay. Ist weder teuer noch günstig. Hält sich im Rahmen. Das Parken ist halt eine Stadt. Findet man überall einen Parkplatz. Gibt Parkhäuser, die kosten halt was. Aber man findet auch kostenlose Parkplätze und kostet natürlich keinen Eintritt. Dann kommen wir zu Bad Neualpenreuth. Ist relativ bekannt sogar. Ganz ehrlich, für das, dass das so ein kleines Dorf mit Anführungszeichen nur ist. Wunderschön hergerichteter Weihnachtsmarkt. Das sind für uns 4 Sterne. Da werden auch Weihnachtsgeschichten aufgezeigt. Teilweise in alten Stodeln, wie es so schön bei uns in Bayern heißt. Gibt es teilweise Verkaufspassagen, wo man wirklich Schmuck kaufen kann. Stoffe, alles mögliche. Strickwaren, wirklich ganz toll. Preislich mit Abstand der günstigste Weihnachtsmarkt. Ich glaube, die Pommes-Portion hat da 1,90 Grad. Man kostet nur 2 Euro. Also Wahnsinn, super Preis-Leistungs-Verhältnis im gesamten Markt. Wirklich wunderschön hergerichtet. Der ist im Prinzip in zwei Teile aufgeteilt, der Markt. Der untere Teil ist ja richtig schön mit so einem richtigen Dorfweihern noch. Also ein richtiges Highlight. Parken, das ist schwierig leider. Man muss wirklich an einer ganz langen Straße entlang parken, wo schon ganz viele Autos stehen. Weil man kommt gar nicht erst nach Neualpenreuth rein. und Parkplätze sind nicht wirklich ausgewiesen. Dafür kostet es nichts. Und Eintritt kostet es natürlich eben auch keine. Eine ganz tolle Geschichte. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal ein paar Bilder an. Und danach gehen wir dann weiter eben die Liste durch. Und als erstes eben Schloss Guteneck. Es ist wirklich ein Riesenmarkt. Er ist gigantisch groß. Pullman City muss ähnlich groß sein. Aber Guteneck soll noch ein Stück größer sein, weil wir uns mit Ausstellern dort unterhalten haben. Das wird alles geboten. Wirklich von Handwerk. Das sind sogar Schmiede. Also ein richtiger Schmied da, der vor Ort eben was schmiedet. Dann überall Feuerstellen, riesige Feuerstellen. Eine riesige, gigantische Krippe ist aufgestellt. Schmuckdesigner sind da. Leute, selbst Bogen, ja, kann man dort kaufen. Mit Pfeil und Bogen eben. Aber auch Messer bekommt man dort. Weihnachtsschmuck. Formausstecher für die Weihnachtsplätzchen. Also wirklich, da ist alles geboten, was man sich vorstellen kann. Auch ein Handwerk. Wie gesagt, ein absolutes Highlight. Alles wunderschön beleuchtet, wunderschön geschmückt. Das ist so tolles Ambiente. Dazu hat es natürlich noch geschneit an dem Tag, wo wir dort waren. Also muss man einfach mal gesehen haben. Kann ich jedem nur empfehlen. Schaut es da hin. Wunderschöner Markt. Auch wenn es einen Eindruck kostet und auch der Parkplatz 2 Euro kostet. Es lohnt sich wirklich. Das absolute Highlight finden wir in Bayern. Da haben wir dann noch einen kleinen Eindruck vom Doge. Kostet 2 Euro, wie gesagt, preislich. Nicht das günstigste. Aber die Sprüche sind ganz gut drauf. Also für alle, die nicht wissen, was ein Doge ist. Das ist ein Reiberdaci. Ein Reiberkuchen. Ein Kartoffelpuffer. Ein Baggers. Und ja, tolle Geschichte einfach der Markt. Wie gesagt, hier noch ein paar Impressionen eben dazu. Alles kann man sich da eben irgendwie von den Märkten holen. Strickwaren oder halt eben auch Taschenwärmer. Was das Herz begehrt. Wenn man genügend Geld natürlich dabei hat. Ich denke mal für so mit Familie, wenn man da dort ist, ist man schnell mit Eintritt. Und bloß parken, denke ich, ist man schnell mal 50, 60, 70 Euro los. Muss jeder für sich selber wissen, ob es einem das wert ist. Aber man kann auch einfach nur durchschlendern. Und dann in der Gaststätte vor Ort essen oder eben gar nicht essen, sondern einfach mal nur durchschauen. Alleines durchschauen ist einfach ein riesen Highlight. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns gleich noch die nächsten Bilder an und gehen die Liste erst dann nochmal später durch. Und hier sind wir dann auch schon in Neualmreuth. Wie gesagt, der Markt ist zweigeteilt. Ist verhältnismäßig groß. Die ganze Stadt ist eben geschmückt und in verschiedenen Stodeln gibt es eben, wie gesagt, noch tolle Highlights, wo man eben Sachen kaufen kann. Ist wirklich eine tolle Geschichte. Wirklich die ganze Innenstadt ist geschmückt, wie man hier ganz gut an dem Foto erkennen kann. Und Märchen sind immer noch aufgestellt. Von Rapunzel über Pechmarie über Aschenputtel. Einfach alles wird da dargestellt. Also richtig schön hergerichtet, die ganze Stadt. Und wer da Fan ist, gerade eben von so Märchen, ist da super aufgehoben. Und die Preise, wie gesagt, unschlagbar günstig. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu Rotenburg, ob der Tauber. Den möchte ich auch nochmal aufgreifen. Wir haben uns nämlich gedacht, das ist bestimmt ein richtig krasses Highlight, der Markt. Warum? Wir waren im Sommer schon dort und da läuft eine Burgmauer komplett um die Stadt rum. Wir können euch das nur empfehlen, mal einfach zu besuchen. Selbst bei Regen kann man das gut besuchen. Warum? Die Burgmauer ist komplett überdacht und geschützt. Das ist ganz, ganz toll. Und wir haben gedacht, Mensch, das ist so schön, eine wunderschöne Stadt. Da kann man richtig was draus machen. Es ist bestimmt ein tolles Erlebnis, toller Weihnachtsmarkt. Und wir waren fast ein bisschen enttäuscht. Deswegen gibt es eben nur drei Sterne. Die haben sich da echt Mühe gegeben. Also da ist ja alles geschmückt. Die komplette Innenstadt gibt Stände und Buden ohne Ende. Und unten an so einem Schlosspark gibt es da. Da ist da noch ein besonderes Highlight gewesen. Da hat Musik gespielt. Und das ist noch besonders hergerichtet worden. Da habe ich auch dann Bilder davon dabei. Und trotzdem hat es uns irgendwie nicht richtig gecatcht und richtig erwischt. Wir fanden auch ein bisschen zu wenig Handwerker da gewesen. Aber trotzdem waren jede Menge Stände da. Preislich war es verhältnismäßig teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist sogar im Sommer super teuer. Also wer Eis für 1,80 Euro kaufen will und er bekommt dann eine winzige Kugel, die so groß ist wie eine Kastanie, dann ist er da richtig aufgehoben. Also wir finden es extrem teuer. In der Stadt ist einfach eine Tourismushochburg. Viele Chinesen, viele Japaner sind da immer da. Und das verdient ein richtiges Highlight, die Stadt. Da waren an Weihnachten viele da und die haben da sicher eine riesen Freude dran gehabt. Da gibt es auch viele Museen dort. Also kann man mal machen. Muss man aber unserer Meinung nach nicht unbedingt gesehen haben. Kostet aber keinen Eintritt für das, dass das so ein richtig krass großer Markt ist. Richtig gut. Und parken können wir gar nicht richtig sagen. Wir haben da unseren Geheimparkplatz. Deswegen haben wir das Parkleitsystem nicht genutzt. Aber es hat so ausgeschaut, es gibt genügend Parkplätze. Auch relativ günstig oder kosten gar nichts. Also wir haben jetzt einfach mal drei Sterne vergeben, weil wir nicht genau gewusst haben, wie es da ausschaut. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal ein bisschen an. Das ist jetzt der Rotenburger Weihnachtsmarkt. Das ist einer eben, der ist richtig aufgeteilt. Da gibt es immer wieder so größere Plätze, ganz viele Gassen, in denen irgendwelche Stände stehen. Vor allem aber Essen gibt es da. Weniger Handwerk eben, auch ein bisschen Schmuck und so ist dabei. Insgesamt echt schön hergekriegt. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Und auf dem Foto sieht man dann so das Highlight. Das ist ein ganz berühmtes Motiv. Jeder, der irgendwie in Rotenburg ist, macht da ein Foto vor dem Haus. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe mich da noch nie drüber schlau gemacht. Hat da dem Tag keinen Schnee gemacht. Vielleicht wäre es mit Schnee noch ein bisschen toller geworden. Das ist einfach mal so ein Foto davon. Und das stammt noch aus dem Sommer. Deswegen nicht wundern, weil die Leute da kurzärmlich rumlaufen. Da gibt es ein Haus, da gibt es das ganze Jahr über Weihnachtsschmuck. Das muss man einfach mal gesehen haben. Das Haus ist innen drin, schaut riesengroß aus. Da ist eigentlich eine Stadt in dem Haus aufgebaut. Und da kann man Dekoration und Weihnachtsschmuck das ganze Jahr über kaufen. Auch im Hochsommer. Und an Weihnachten blüht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr auf. Da muss man einfach mal gesehen haben, das Haus. Kann ich jedem nur empfehlen. In der Straße gibt es da noch mehrere Sachen. Natürlich Fressbuden. Ein bisschen Handwerk eben dabei. Ganz nett hergerichtet einfach. Und gehört sich wahrscheinlich einfach dazu. Und ist weihnachtliche Hochburg das ganze Jahr über, wenn man so will. Und da unten, wie gesagt, an der Burg, da gab es dann eben das Highlight, wenn man so will. Musik, Livemusik ist da gemacht worden. Also Respekt an den Musiker, dass ihm die Finger abgefroren sind. Hat leider nur eine Feuerstelle, glaube ich, gegeben. Eben maximal zwei und zumindest ein bisschen überdacht mit Planen und so. Dass es, wenn es geregnet hätte, dass es ein bisschen geschützt ist. War eigentlich der schönste Marktteil. Schade, dass man das nicht größer machen kann. Wir vermuten, dass das deswegen nicht größer gemacht wird. Wegen dem Gras. Das ist alles nur Wiese, beziehungsweise eben Grasboden. Und ich denke, der wird einfach zertreten werden, wenn es da schneit oder regnet. Und deswegen haben wir da nur noch einen winzig kleinen Teil davon genommen. Aber es ist wirklich wunderschön da unten. Sollte man sich einfach mal anschauen. Ja, und dann einfach noch ein bisschen vor der Innenstadt ein paar Fotos. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach die Liste weiter durch. Der Passauer Christkindles Markt ist für uns eigentlich ganz schön gewesen. Er ist eigentlich gar nicht mehr groß. Aber die ganze Innenstadt ist wirklich wunderschön geschmückt gewesen. Auch dazu habe ich dann gleich ein paar Bilder dabei. Der Markt an sich selber, ganz ehrlich sein, einfach ein paar Buden zusammengestellt. Verhältnismäßig große Auswahl, aber es ist ja nicht wirklich Handwerkskunst oder so dabei. Deswegen nur drei Sterne. Preislich, verhältnismäßig teuer, ist halt trotzdem Passau. Hält sich im Rahmen eben, ist eben ähnlich wie Rothenburg. Parken, man bekommt ja immer einen Parkplatz. Es gibt jede Menge Parkhäuser. Ich habe selten so viele Parkhäuser aufeinander gesehen. Aber wenn man irgendwo draußen parken möchte, also auf einem freien Parkplatz oder städtischen Parkplatz, wird es schwierig. Das heißt, man muss auf jeden Fall zahlen. Aber dafür sind die Parkhäuser verhältnismäßig günstig. Eintritt kostet keinen. Kann man mal anschauen. Für mich war eigentlich fast das Highlight der Dom. Der Passauer Dom. Auch davon habe ich dann Bilder mitgebracht. Wirklich wunderschönes Gebäude. Ganz tolle Geschichte. Muss man mal gesehen haben. Einfach toll, das anzuschauen. Und wie gesagt, die Innenpassagen. Wirklich alle schön geschmückt. Richtig toll gemacht. Durch die ganze Stadt, durch die ganzen Seitengassen sind da überall Lampen aufgehängt. Und das ist eben dann der Hauptmarkt mit dem Dom. Ganz toll, wie es das grundsätzlich hergerichtet haben. Ist aber, wie gesagt, verhältnismäßig kleiner Platz eigentlich nur. Und das meiste sind davon einfach Fressbuden. Deswegen, wirklich weihnachtliche Stimmung für uns ist da jetzt ja nicht aufgekommen. Aber kann man es sich eben mal anschauen. Und das ist dann der Dom von innen. Also selten so schön hergerichteten Dom gesehen. Unserer Meinung nach ist der gerade teilsaniert oder renoviert worden. Oder restauriert worden. Je nachdem, wie man es nehmen will. Das sind ja gerade noch eben Arbeiten, die da drin gemacht werden. Und deswegen glauben wir, dass das besonders schön alles erstrahlt. Auch die Bilder richtig farbenfroh. Alles beleuchtet. Wenn man den Weihnachtsmarkt besuchen will, unbedingt in den Dom reinschauen. Richtig toll einfach gemacht. Die Deckenmalereien. Wirklich ein Highlight. Richtig schön hergerichtet. Richtig groß. Das kann man sich mal anschauen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon weiter in der Liste nach unten. Der Amberger Christkindlmarkt. Haben wir heuer leider nicht geschafft. Aber wir waren letztes Jahr dort. Und ja, für uns zwei Sterne. Warum? Weihnachtsfaktor ist da eher gering. Die Innenstadt wirklich wunderschön beleuchtet. Ganz toll, was die da mit dem Licht alles gemacht haben. Aber der Markt an sich, da gibt es halt nur einen Hauptmarkt. Und es sind einfach ein paar Buden. Ich glaube, ab und zu mal Musik spielt. Naja, ganz ehrlich, das ist fast vergleichbar mit Weiden der Markt. Und es ist jetzt kein wirkliches Highlight. Also muss man nicht hinfahren. Preislich ist es ganz okay. Drei Sterne vergehen wir dafür. Ist weder teuer noch günstig. Parken kann man in Amberg verhältnismäßig gut, wenn man sich ein bisschen auskennt, günstig. Aber wenn man sich nicht auskennt, das sind nur die zwei Sterne, wird es ein bisschen schwierig. Nur weil so ein Parkhauszentral gibt es da eigentlich gar nicht wirklich. Zumindest soweit ich das weiß. Und da muss man irgendwo eben einen Parkplatz an der Seitenstraße suchen. Ist ein bisschen schwierig, vielleicht für Externe. Deswegen nur die zwei Sterne. Eintritt kostet es keinen. Und Bayreuther Weihnachtsmarkt war man heuer auch. Der ist wirklich schön gemacht. Die komplette Innenstadt ist da richtig schön beleuchtet. Tolle Stände sind da dort. Also wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ist scheinbar sogar relativ bekannt. Deswegen für uns vier Sterne. Richtiger Weihnachtsfaktor kommt da auf. Viele Handwerksbuden auch dabei. Preislich hält es absolut für das, dass es Bayreuth ist, absolut in Grenzen. Drei Sterne deswegen. Und Parken kann man in Bayreuth recht gut. Da gibt es jede Menge Parkhäuser. Und auch so findet man dann irgendwo einen Parkplatz in der Seitengasse. Geht ganz gut. Kostet da keinen Eintritt. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist dann noch, ja, wenn man schon in Bayreuth ist, kann man sich ein kleiner Schloss anschauen. Oder die Eremitage. Also richtige Highlights. Bayreuth ist richtig, richtig toll, wenn man ein bisschen was sehen will. Können wir auch nur empfehlen. Und dann eben hier auch noch der Amberger Christkindlesmarkt. Wie gesagt, innen drin richtig toll geschmückt. Aber der Markt an sich für uns kein Highlight. Deswegen eben kein wirklicher Weihnachtsfaktor, der da aufkommt. Na ja, und dann abschließend haben wir nur einen Nürnberger Christkindlesmarkt. Der kriegt für uns weihnachtsfaktormäßig nur drei Sterne. Warum? Da steht einfach nur eine Fressbude nach der anderen. Klar, da wird auch Handwerk gezeigt. Das ist dann eher in den Nebengassen oder in den Seitenstraßen eben von Nürnberg. Aber das Schlimme ist einfach die Masse. Also da wird man eigentlich durchgeschoben. Da kommt einfach kein wirklicher Weihnachtsfaktor oder Weihnachtsfeeling auf. Deswegen für uns nur drei Sterne. Die Preise ist halt Nürnberg. Da musst du halt für eine Bratwurst einfach mal 5 Euro zahlen oder 5,50 sogar. Ist einfach so in Nürnberg. Ganz, ist einfach teuer, ja. Deswegen nur zwei Sterne. Und das Parken, dann bekommt ihr überall einen Parkplatz. Kein Problem. Parkhäuser ohne Ende, aber die sind halt richtig teuer. Man zahlt ja teilweise zwei, drei Euro in der Stunde. Deswegen zwei Sterne nur für uns. Und der Eintritt kostet keinen Eintritt. Das ist das Tolle drin für das, dass das, ich glaube eben, der größte Weihnachtsmarkt der Welt ist. Oder zumindest in Europa ist. Auf jeden Fall definitiv der größte in Deutschland ist. Es ist okay. Man zahlt keinen Eintritt. Deswegen, was man mal gesehen haben, ist ein Highlight. Und der Regensburger Christkindlesmarkt, der ist so ein bisschen unterteilt. Für die kleinere Teilmärkte, da kommt wirklich Weihnachtsstimmung auch auf. Ist schön gemacht mit Handwerk und so weiter. Vier Sterne deswegen. Preislich ist Regensburg, hält sich eigentlich in Grenzen. Deswegen drei Sterne von uns. Parken ist in Regensburg, gerade für Externe, ein bisschen kompliziert. Gibt es Parkhäuser und alles. Aber entweder die sind sehr teuer. Und wenn man so einen Parkplatz sucht, außenrum, ist es schwierig, da irgendeinen in den Seitenstraßen zu finden. Deswegen nur zwei Sterne, gerade für Externe, extrem schwer. Und Eintritt kostet es zum Glück nicht. Muss man auch einfach mal gesehen haben. Ich hoffe, ich konnte mit dem kleinen Weihnachtsspecial mal ein bisschen Freude bereiten. Konnte euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was wir so alles angeschaut haben. Dieses Jahr und im vergangenen Jahr. Und konnte da ein bisschen Überblick geben, was Weihnachtsfaktor technisch eben toll ist. Wie es preislich ausschaut. Wie es auch mit Parken ausschaut. Und ob es Eintritt kostet oder nicht. Das sind für uns die Highlight-Märkte in Bayern. Es gäbe dann nur sowas wie Bullman City. Da war ich aber noch nicht. Deswegen kann ich nicht drüber erzählen. Wir haben uns aber mit Leuten unterhalten, die dort waren. Und die sagen, da kommt nichts an Schloss Guteneck ran. Wenn wir euch also eine besondere Empfehlung geben dürfen, schaut euch Schloss Guteneck an. Und wirklich, ihr werdet es nicht bereuen. Aber für Externe kommt es dahin. Absolutes Highlight. Und in dem Sinne wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt es. Erstarrt Zeit mit der Familie. Und genießt einfach das Fest der Liebe. Und bis zum nächsten Jahr, muss man ja schon fast wahrscheinlich sagen. Aber ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Video. Und wie gesagt, eine schöne Weihnachtszeit. Und freue mich auf weitere Videos mit euch.